Heute fehlt uns leider ein bisschen die Zeit und das hat aber auch ein bisschen den Grund, dass wir natürlich noch einen aufregenden Abend haben. Ich hab mir das genau schon so gedacht. Das ist ja unglaublich. Warte, 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 warte. Bitte nochmal. Wo, 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 wo? Wo? Holy moly. Oh mein Gott. Warum steht denn Eddie im Publikum und sitzt sich bei uns? Eddie, du kannst doch auch echt mal was sagen. Du hast doch jetzt hier auf dieser Gamescom überhaupt nicht gearbeitet. Weißt du, wir haben ja... Es war in der Küche. Eddie und Ben zusammen gemischt, oder? Benny. Benny. Betty. Geil. Herrlich, ein kleiner Gag von der Regie, beziehungsweise dem Publikum. Genau, dazu wollte ich... Ich glaub nicht, dass es ein Gag vom Publikum ist. Ich glaub nicht, dass es ein Gag vom Publikum ist. Es war glaub ich, kein Gag, dass er jetzt so wieder auf sich angekommen ist. Doch, doch, das hat der Typ sich ganz genau überlegt. Oder seine Eltern, das plant man doch. Heißt du, Hütchen? Ey, das wär der Hammer. Bitte, ja. Nein, leider nicht. Ja, aber apropos Publikum, da komm ich nämlich auch gleich noch zu, denn wir müssen jetzt hier nicht nur Schluss machen, weil wir müde sind oder so, sondern wir müssen auch noch ein bisschen... Okay. Vielen Dank.